Hallo zusammen, ich habe heute wieder mal ein Rivacol Kühlaggregat hier in der schönen Badie Dachsen. Wir sehen hier den Rhein und hier stehen zwei Kühlaggregate auf dem Dach für zwei Kühlzellen. Hier von der Rheinseite aus, hier auf dem Dach des Kiosks, stehen hier zwei Kühlaggregate, eines für rechts für den Kühlraum, Tiefkühlraum und links für den Kühlraum. Es sind rechts ein STL für Tiefkühlung und links ein STH für die Kühlung. Wir schauen uns die Zelle nach einem Rundblick dann von vorn an. Wir sind hier am Rhein und die Badie hier ganz idyllisch im Wald gelegen, ohne Zufahrtsstraße, absolut ruhig. Hier ist also absolutes Fahrverbot. Die Straße, die herunter geht, führt direkt in den Rhein. Wir sind hier im Kiosk. Hier stehen diese zwei Kühlzellen. Hier ist jetzt noch Frühling, aber der Tiefkühler ist parat und hier wird eingelagert. Wir sehen hier auch die Temperatur, minus 23 Grad und hier ist der Kühlschrank oder die Kühlzelle. Hier ist auch noch alles ein bisschen in Vorbereitung, aber hier ist genügend Platz für die ganze Saison. Ja, hier nochmals vom Restaurant der Überblick. Die Kinderbasse sind noch trocken, aber ihr findet natürlich hier und hier zwei Videos von anderen Kühlaggregaten und von Kühlzellen. Ich wünsche euch einen schönen Tag direkt vom Rhein.